Meine Arbeit heißt Spuren. Es ist letztendlich ein Versuch, ihre Gefühlssituation oder Gefühlsebene fotografisch zu zeigen. Und auch das zu zeigen, was ich mit Worten gar nicht erklären könnte. Daher kommen auch quasi diese beiden Kameraformate, die ich verwendet habe. Die Großbildkamera, die quasi ein distanziertes, sehr konzentriertes Arbeiten verlangt und dieses schnappschussartige Kleinbild geknippt. Diese ganze Zeit über hat der sehr die Nähe gesucht, was für mich sehr fordernd war und sehr intensiv. Und habe quasi versucht, dieser Nähe fotografisch zu begegnen.